Jim doberg meine Freunde was geht ab heute wieder das Format Schätzfragen es hat euch super gefallen deswegen ihr wisst bescheid heute wieder mit Zeltaschen im Brei und ja ich hoffe heute besser als letztes ich hoffe auch normal ne ja achso die Bestrafung ist es hier so eine kleine Knoblauchpolle glaubt es mir ich habe schon ein Stück gegessen die Hälfte davon und das war unnormal scharf also rein da erste Frage in welchem Jahr wurde Fußball erfunden ja in welchem Jahr Weil ich das nicht weiß ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fußballer. 1, 2, 4. 1, 0. Ah. Gut. Wie viele Abonnenten hat MontanaBlack auf Youtube? 12 Weißbomben. 1, 2, 3. 2,4. 2,1. 2,87. Wann wurde das Internet erfunden? In welchem Jahr? 1, 2, 3, 2004. Internet? Ja. 1880. 1996. Was? 2004? Du hast 1880, Digga. Also dein Vater schöner, ne? Warte mal, wie steht's? 2, 1, ne? Ja. Für dich. Ich fühl, ne? Wie viel Wasser gibt es auf der Erde? Ja. Übertreiben wir unnormal. Übertreiben unnormal. 1, 2, 3, 150 Milliarden. 12.000? 1,4 Milliarden. Also, 7 Milliarden. 1,4 Milliarden? Aber du bist näher dran, Digga. Ich hab 150 Milliarden. Wurde, was soll ich da nötigen? Ja. Ja, die Frage war... Haben wir es schwer? Sie sagten, die Fragen sind leicht. Sie sagten, sie sind einfach. Wir denken uns so, wir haben ein entspanntes Format. Ich frage mich schon. Sie sagten, Kinderfragen. Wurde, Kinderfragen? Ja. Womit soll ich Kinderfragen? Ja, egal. Wie viele Zähne hat das menschliche Gewiss? Das kann man wissen. Die Zähne, die Zähne. Ja, warte, warte, stopp. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist das Erste, was uns eintritt ist, ne? Nein, nein, nein. Oder? Nein, ich bin der Erste, was uns eintritt ist. Das ist doch mein Format. Eine schon, so. 3, 2, 1. Nein, ich hab doch noch nicht umgedreht. Ich hätte mich umgedreht oder was anderes. Okay, los. Nein, los. 1, 2, 3. 26. 32. 22. Guck, ich hatte vorher 6. Hast du dir erzählt nochmal? Ich hatte 6. Hast du dir erzählt? Nein, das trinken wir nicht. Die Zahl hat sich so gemacht. Traurig, du. Traurig. 3, 2, 50. Aber ich wusste es echt nicht, ne? Ja, wirklich. Ohne mit der Zunge so. 3, 2 fürs Herdach. Wie hoch ist der schiefe Ton von Pisa? 1, 2, 3. 180. 70. 55,6 Meter. Richtig. Richtig. Fühl mich grad echt gut. Ich weiß jetzt wie man sie fühlt jetzt gewinnert. Statt hier. Scheiße. 3, 2. 4, 2. 4, 2. 4, 2. 4, 2 fürs Herdach. 4, 2 für mich. Wann kam das erste Auto? Also in welchem Jahr wurde das erste Auto erfunden? 1, 2, 3. 1903. 800. 1886. 1886. Nein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 3. Schön spannend. Noch 3 Fragen, ne? Warte. 4, 4? Ja. 4, 4? Nein. Doch, doch. 4, 4, 4. Wie viele Schwimmen? 10 Fragen. Wie viele Länder gibt es auf der Welt? Ja, ich mach einfach trocken. Ja, ich mach einfach trocken. Okay, auf 3. 1, 2, 3. 64. 148. 195. Boah. 64. Boah. Digga. Guck mal, wenn ich... Guck mal, es steht jetzt 5, 4 für dich, ne? Ja. Ich muss schon safe essen. Ich muss safe essen. Mhm. Aber ich will, dass du mit isst, deswegen muss ich jetzt gewinnen. Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt? Wie viele Länder gab's? Ist doch egal, sag nicht. Nein, sag nicht. Digga, ich hab vergessen. Ja. Einfach gemacht. 3. 2. Ein Mesh. 230. 150. 6.500. Uuuuuh, du helfst mich! Aber, ach so, ja. Es gibt zig verschiedene. Ja, okay. Nur weil... Hä, war 5,5? Weißt du was heißt? Wir haben noch eine Frage. Ach so, wir haben noch eine Frage? Wir haben jetzt erst 9. Jetzt hier die letzte bequemiert. Stimmt, seit recht. Jetzt kommt die letzte. Ich hab hier noch eine. Stimmt. 5,4 für mich. Was? Ja, ja, ja. Ja, wir haben noch... Ja, 5,4 für mich. Irgendeiner hat geschummelt. Ja, du. Digga, was? Was ist denn für dich? Hallo, noch eine Frage? Ja, ich schwör. Wie viele Menschen leben auf der Welt? Auf der ganzen Welt? Ja, ich hab... Ja, ich hab... Auf 3... 1, 2, 3... 3,8 Milliarden. 12 Milliarden. 7,77 Milliarden Menschen. Boah, da wird heute richtig gegönnt. Da wird heute richtig gegönnt. Digga, hä? Wie viele Milliarden? 7 Milliarden? Dankeschön. 7,77 Milliarden. Was hab ich gesagt? 3,8 Milliarden, ne? Richtig. Und wir waren bei 7,7, ne? Ja. Dementsprechend können wir uns ja auf die Geschrafen vorbereiten, ne? Also wir haben heute... Eine deliziöse... Eine Knoblaume. Eine Knoblaume. Eine Knoblaume. Schon Respekt davon, muss ich sagen. Glaube ich dir. Also wie hättest du es genannt? Das hast du... Glaube ich dir. Eine Knoblaume halt. Aber das ist unnormal scharf und so, ne? Aber es wird auch ganz genau, ne? Schon kauen, natürlich wird es auch noch zergehen. Ich mach rein. Ich mach rein. Doch, doch, doch. Oh! 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 Oh, ne Beispiele. Oh! 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 Oh Gott, warum nicht? Oh! 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 Oh, Gott! Ja, trink mir. So scharf ist das noch nicht. Ich bin Nico schon heult, ne? So, ich hoffe das Video hat sich gefallen. Das Abo da, Digga. Besser, Mann, endlich. Er hat durchgezogen. Ist das echt so scharf? Oder auch noch was? Das Abo da, Digga.